Als Innovator im Bereich der CNC-Blech- und Rohrbearbeitung ist das niederländische Unternehmen De Kromfurze europaweit bekannt. Mit mannlosen Lager- und Sortiersystemen und Produktionsmitteln verschiedener Hersteller hat De Kromfurze fast alle Bereiche der Fertigung vollautomatisiert. Gesteuert wird der überwiegende Teil der Fertigung seit 2005 mit WICAM PN 4000. Jan-Willem Verschuren, Mitinhaber und Geschäftsführer, gibt einen kleinen Einblick in die Historie und die Abläufe seines Unternehmens. Unsere ersten CNC-Laser in den 90ern waren von eSAP. Danach folgten Modelle von Trumpf. Diese haben wir mit dem mitgelieferten Programmiersystem betrieben. Kompliziert wurde es, als wir weitere Maschinen, Lager und ERP-Systeme anderer Hersteller vollautomatisch miteinander verbinden wollten. Nach der ersten Präsentation von PN 4000 wusste ich, das ist es. Es ist unkompliziert und hat jede Menge Postprozessoren und Schnittstellen in allen Bereichen. Für Wünsche, für die es keine fertigen Lösungen gab, konnten wir Sonderentwicklungen bestellen. Oder wir haben, wie zum Beispiel unseren Webshop, selbst entwickelt und verknüpft. Als der Chromefurze mit dem Webshop 2008 online ging, war das Unternehmen damit einer der Pioniere der Branche. Die zu Beginn spärlichen Anfragen haben sich zu einer festen Größe des Geschäftsbetriebs entwickelt. Anfangs wurden die Teile noch einzeln betrachtet kalkuliert. Kurz darauf wurden die Algorithmen zur Ermittlung genauerer Preise auf Nesting-basierte Teilkalkulationen umgestellt. Heute liefert PN 4000 gemeinsam mit dem ERP-System in Echtzeit Kalkulationsdaten für den Webshop für bis zu 2.500 Angebote pro Tag. Für Geschäftspartner, die ihre Produktion auslagern möchten, bietet die Chromefurze Online-Direkt-Schnittstellen für externe ERP-Systeme. Jan-Willem Verschuren Damit können unsere Großkunden beliebige Auftragsvolumen centgenau kalkulieren, taggenau disponieren. Und wir haben eine verlässliche Vorplanung für Bestellwesen und Produktion. Zur Online-Preiskalkulation für Rohrteile und zur Verschnittoptimierung der manuellen Schere nutzte Chromefurze ebenfalls Module des PN 4000. Zur Materialdisposition steuert das Materiallager und die Restplatinenverwaltung des PN 4000 verknüpft mit dem ERP-System das Kastolagersystem Uniline 3.0. Resttafeln werden automatisch eingelagert und sobald passende Teile mit günstigen Verschnittwerten geschachtelt werden können, automatisch genutzt. Jan-Willem Verschuren Damit sparen wir Material, halten unseren Lagerbestand klein und haben jederzeit exakte Daten für Vor- und Nachkalkulation sowie zukünftige Materialbestellungen. Seit Anfang des Jahres unterstützt eine neue Bistronik Bisprint Fiber mit 6 kW in Kombination mit einer vollautomatischen Astes for Sort Belade- und Sortiereinheit den vorhandenen Maschinenpark. Die notwendigen Produktionsdaten und Rückmeldungen werden auch hier über eine Schnittstelle in PN 4000 ausgetauscht. Betreut wird die Chromefurze durch Wicam Benelux, die sich mit großem Einsatz und kreativen Lösungen um Schnittstellen und Supportanfragen im Tagesgeschäft kümmern. Jan-Willem Verschuren Integriert in unser ERP-System und unseren Webshop steuert PN 4000 unsere komplette Produktion. Je nach Auslastung bis zu 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche. Die Kommunikation zwischen den IT-Systemen und unseren Maschinen- und Lagersystemen läuft ebenfalls rund um die Uhr vollautomatisch ab. Und für die wenigen verbleibenden Sonderfälle benötigen wir in der Tagesschicht nur noch eine halbe CAD-CAM-Programmiererstelle. Die Kommunikation zwischen den An 듣en und Lagersystemen läuft zusammen mit einer Art und Art und Weise. Bis zum nächsten Mal.